Untertitelung im Auftrag des ZDF Ja, komm, es ist gut, oder? Nicht mehr kann man machen, als die Rest schreibt, wo links zu geht, gehen rechts und gehen links tight, weil man rechts schreibt und links hebt. Aber das kommt darauf an, wie man die Schreib sieht. Wenn er hinten dran steht und er auf die Rest schreibt und links zu geht, und er will gehen links drehen mit der Rechtshand, weil es links gibt, geht es vorne rechts zu und hinten links zu. Was der Fall nicht ist, wenn er vorne dran steht, dann die Rest schreibt, die muss dann links. Und wenn er dann die Rechte drehen will mit der Linkshand, weil es rechts gibt, gibt es vorne links zu und hinten rechts zu. Ich mache es echt einfach. Wir gehen mal an, als die Rest schreibt, wo links zu geht, gehen rechts drehen, wenn man links schreibt und rechts zieht. Aber dann müssen wir die Schreibung gerade anders herum drehen. Ihr seid ja froh, dass ich fertig bin, he? Das ist nicht immer klar, dass es links und rechts ist. Darum, wenn er ruhig stehen, sitzen, trauen oder lügen, denken nicht lang an links und rechts, denn es ist immer ein Duhle-Dau-Wiesch das Gehen dann sagt. Salü bis daheim. Bis zum nächsten Mal